Hallo Leute und willkommen zurück und wir machen sofort weiter und zwar forschen wir erstmal, nein wir trainieren erstmal so rum und zwar ihnen ja noch Spieleprogrammierer, das dauert so ein bisschen. Ah guck, dann können wir auch noch hier ein bisschen trainieren und dann würde ich mal sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier verdienen und es sieht gar nicht so gut aus. Ja, der kriegt eine Gehaltserhöhung. In dem her müssen wir vielleicht doch nochmal einen Publisher hinzuziehen oder wie machen wir es? Gute Frage. Soll man nochmal einen Publisher oder es wagen? Immer eine schwierige Entscheidung, aber es geht ein bisschen nach oben. Von dem her, könnten wir es wagen? Eine Fortsetzung vielleicht zu machen? Ich würde ja gerne, ich würde ja gerne einfach, ich weiß nicht, also noch so ein Spiel wäre sehr risikoreich. Eine Fortsetzung wäre okay, aber ich glaube wir gehen nochmal auf Publisher und schauen mal, was wir an Projekten gemacht haben. Bisher, da war ja Action, Hack and Slash, Plattformer, Adventure sind wir ganz gut dabei, Simulation, Spaceflight, Sport, da muss man mal schauen, nicht dass wir irgendwas annehmen, was wir nicht machen. Oder noch nie gemacht haben. Das geht dann meistens nach hinten los, obwohl wir jetzt ja die Möglichkeit haben, durchs Training. Oh, Dexter Green ist krank. Okay, obwohl wir schon ein bisschen Education können wir machen, aber 65, hmm, 59, Action, Fighting, Simulation, Sport. Haben wir denn, ähm, irgendeine Lizenz? Ne, das habe ich ja schon gemacht. Aber 500.000, ne, das ist zu viel. Das habe ich nicht. Dann würde ich 790.000 kriegen. Sollen wir es wagen? Wir wagen es. Wir wagen es. So. Schauen wir mal. So, wir haben einen Programmierer. Also ich selber bin ein bisschen überlastet, weil die Programmierer noch nicht gut genug sind. Die Designer sind auch ein wenig überlastet. Wir können aber keine weiteren einstellen aktuell, also wir können sie nur trainieren. Ja, von dem ihr Pech hier habt. Ähm, wir übernehmen das vom letzten Spiel. Das war Teacher. Die Story fehlt das an Seele. Okay, wo haben wir denn hier die Story? Oh, hier ist ja. Content, System, Scripting. Game Writing wird das wahrscheinlich sein. Genau, okay. Ja, eben, es war die Frage im Raum gestanden. Was, äh, von diesen Dingen hier, ähm, wichtig ist. Also klar, Grafik, Gameplay, Level Design, AI, UI und das Content Design sollte auf jeden Fall top sein. Alles andere nicht vernachlässigen. Also hier auch das Game Writing. Das ist eben jetzt hier, Story hat keine Seele und Charakter. Das schlägt dann trotzdem ein bisschen nieder darauf. Allerdings, ähm, kann man das, ja, nicht, nicht, also man muss es nicht ganz hoch treiben, aber es sollte schon ein bisschen was sein. So, äh, da müssen wir auch noch ein bisschen hoch gehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Education, äh, Education. Wir haben letztes Mal ja schon einen schlechten Wert gehabt, ähm, bei Storytelling. Klar, da haben wir nämlich bloß eins drin. Das ist natürlich übelst schlecht. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier eins raus und setze das hier noch rein. Dass wir da ein bisschen ein Gleichgewicht bekommen. Hier, das ist eigentlich auch okay. Education, okay. Da können wir auch noch eins rausnehmen. Dann würde ich das hier draufsetzen, dass wir das nochmal verbessern. Und hoffen wir mal, dass wir genauso gut oder besser sogar wie Teacher werden. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, da kommt was bei rum. So, Story, Comic. Haben wir Comic? Ja, also machen wir Comic draus. Ähm, der Produzent. Okay, der würde jetzt sagen, mehr vulgäre Sprache, mehr Erotik. Das übernimmt ja der. Okay, dann machen wir das doch mal so. Genau, jetzt wollte ich euch das eigentlich zeigen, ähm, wie die denn das auch selber, ähm, werten können. Also was wo sein müsste. Das schauen wir uns hier nachher einfach an beim nächsten Spiel. Je nachdem, wie das hier jetzt abschneidet. Schauen wir mal auf die Rangliste. Da sind wir lange nicht vertreten. Hier unten bevor Plug 2. Aber sonst nicht. Unser bestes Spiel bisher. Also unser Verkaufsschlager. Also mit generiertem Einkommen war das eher der erste Teil. Und Fabulous Broken Swords. Das ist Strategie Turn Based. Ja, da gab es noch keine Olympia. Da gibt es keine Story, weil das ist einfach Olympia. Und das da unten sind unsere Schmalverkäufe. Natürlich die vom Publisher haben wir einfach das Geld bekommen. Wir können ja nochmal reinschauen. Ähm, Einkommen. Genau, das hier sind so typische Publisher Spiele. Da haben wir was bekommen. Hier haben wir Publisher Spiele. Also, da kriegen wir halt bloß den Wert, was die uns zahlen. Und ich glaube, bei dem hier ist es ja. Äh, okay. Release, äh, ja. Keine Ahnung, warum sollte ich da zur Release Party? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja was Tolles für mich. Wir sind jetzt einfach mal hingegangen zur Release Party. Ja. Bessere Grafik und Level Editor ist in der Forschung verfügbar. Das tun wir uns natürlich gleich mal einverleiben dann. Wenn wir das hier beendet haben. Und hoffentlich die 60er überschreiten. Oder waren es sogar 65? Ich hoffe, ich hoffe, Leute. Schauen wir mal. Okay, Gameplay ist mies. Ah, ist mies. Sonst sieht alles ganz gut aus. Und wir steigen, steigen. Ja, wohl, über 80er. Das ist super 86er-Wertung. Das seichte Gameplay, ja. Das gefällt denen gar nicht. Der Publisher freut sich trotzdem. So, und wir forschen natürlich direkt. Müssen wir bloß hier einen anderen Charakter auswählen, der auch noch forschen darf. Ähm. Ja, natürlich machen wir das. Wir sollen aber trotzdem forschen. Natürlich hauen wir da ein Patch raus. Der Mega Drive ist draußen. Und wir haben ein Spiel des Monats. Bei unseren eigenen Spielen ist das noch nicht gelungen, glaube ich. Immer nur bei den Publisher-Spielen. Aber die verkaufen sich halt auch bombastisch. Wir sind natürlich in der Auswahl des Spiels des Jahres. Aber haben es nicht gewonnen. Okay. Aber immerhin nur ein paar Spiele des Monats haben wir schon mal. Schöpfe das Potenzial deiner Spiele aus, indem du sie ihr eigenes Leveln designen lässt. Gut gemacht. Der neue Patch hat alle Bugs behoben. Sauber. Es läuft doch, würde ich sagen. Jetzt wollen wir noch die geile Grafik haben. Dann machen wir doch mal ein Strategie-War-Spiel. Wir nehmen natürlich an der Messe teil. Die wird jetzt auch immer teurer. Hm. Ja, wir zeigen einfach das Spiel. Comic-Trend ist jetzt vorbei. Das heißt, das müsste jetzt auch dann runtergehen. Wir haben die Grafik beendet. 40 Fans haben wir gewonnen. Das SEO-Büro. Das SEO. Die Zeit schreitet voran. Dein SEO-Büro kann verbessert werden. Das ist ja schön. Und wie mache ich das? Durch Aufrüsten. 100.000 kostet mich das. Baba. Einen besseren Computer, schönerer Fernseher, eine coole neue Konsole und coole Plakate. Kann ich hier eigentlich das ändern? Nö, sonst kann ich hier, glaube ich, gar nichts machen. Okay, was können wir hier denn noch machen? Mitarbeiter. Okay, ich glaube, wir starten ein neues Projekt und schauen mal. Eine neue Lizenz ist verfügbar. Aha. Wo? Na, hier ist keine Lizenz. Schade. Schade, schade, schade. Okay, egal. Was ist im Trend? Strategie? War. Haben wir ja schon gemacht. Dürfte. Könnten wir eigentlich eine Strategie? War. Könnten wir eigentlich Legacy of Metro haben wir hier? Und dann schauen wir mal hier am besten nach den Kritiken. Und hier Fantasy Mission. Aber das können wir das? Oder war das ein Publisher? Das war für ein Publisher. Okay, haben wir noch eins, das wir für uns mal gemacht haben? Oh Gott, Legacy of Metro. Das war richtig mies. Na, schauen wir doch mal, oder? Ob wir das noch mal, ob wir das nicht besser hinkriegen. Oh, wir können noch was forschen. 2D V3. Was brauche ich denn das? Ich habe doch gerade 3D erforscht, oder? Verdammt. Egal, wir müssen jetzt echt ein Spiel erstellen. Das muss alles hier ruckzuck gehen. Da darf nicht lang rumgemacht werden hier. Okay, schauen wir mal. Start das neues Projekt. Jetzt haben wir hier eine Lizenz. 250. Sollen wir das machen? Nein. Nein, wir wollen, wir wollen Legacy of Metro machen. 2. Wir wollen ein bisschen, hoffen wir mal, dass wir da reinkommen. Machen wir 3D. Machen wir 3D. Okay. Das ist okay. Da kann man nichts machen. Ich habe noch nicht genug. Fantasy Mission hat 81% bekommen. Okay, wir schauen jetzt noch mal. Also, ich könnte jetzt hier oben diesen kleinen Do Your Job Button drücken. Und dann wird er mir ungefähr austarieren, wie das Spiel werden soll. Das heißt, das UI Design hat er zum Beispiel jetzt auf 2 belassen. Wir schauen uns das aber kurz durch, dass wir dann ja keinen riesen Fehler machen. Strategie War, okay. Okay. Naja, das ist okay. Das ist gerade uninteressant. Strategie War ist okay. Okay. Game Writing, ja. Das ist auch okay. Das natürlich. Sound. Auch super. Grafik. Okay. Ja. Oh, uninteressant Grafik. Naja, gut. Können wir machen. Ja. Dann machen wir es genauso, wie es ist. Das nimmt natürlich einen Haufen Zeit weg. Da lang rummachen und so. Ich habe jetzt aber gar keine Plattform ausgewählt. Verdammt. Nicht, dass ich für eine blöde Plattform... Ah, verdammt. Wir lassen ihn das machen. Dann kann man sich ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren später. Weil da kommen ja noch einige andere Dinge dazu eigentlich. Hoffe ich doch irgendwann mal. Wir hoffen, dass das Spiel jetzt was wird. Sonst wird unser Geld wieder zu Neige gehen. 48 Stunden Rennen von Le Mans. Jetzt kommen die Sportspiele, du. Das Entwicklerbüro kann verbessert werden. Ja, dann schauen wir doch gleich mal rein ins Entwicklerbüro. Und gehen hier mal auf Ausrüsten. Das sind 250.000. Das belassen wir mal erstmal. Das belassen wir erstmal, weil wir müssen erstmal schauen, ob das hier was wird. Ob das hier was wird. Das Spiel. Wir wollen jetzt 250 rausdampfen und nachher kein Geld mehr haben. Das wäre ganz schlecht. Wir machen natürlich ein bisschen Werbung. Und verkaufen das für 20. So. Wir schauen uns erstmal die Wertung an. Editors Choice. Oh, das ist richtig gut, Leute. Das wird der Brecher. Noch besser. Komm. 90er. Wir haben unsere erste 90er. 91er Wertung. Die Leute gehen ab auf das Spiel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sage ich da nur. In der Zeit können wir mal hier irgendwas auswählen, was wir jetzt machen wollen. Simulations Racing. Simulation Sport. Wir nehmen das einfach mal. Wir machen natürlich die Olympiade wieder. Simulation Sport. Habe ich Racing eigentlich? Ja, Racing habe ich auch schon. Simulation Sport. Das wollen wir natürlich für den hier entwickeln. Und machen das auch in der 3D Grafik. Warum wird die Grafik eigentlich? Weil das noch keine V3 hat. Machen wir es mal in der 3D. Oder machen wir es in der... Probieren wir es mal. Okay. Ja, da kann man nicht viel dran ändern. Wir werden das jetzt mal so ausprobieren. Mal gucken. Wir haben noch einen Punkt übrig. Für das Sportspiel. Wir haben einen Punkt übrig. Warum haben wir überhaupt einen Punkt übrig? Okay, dann machen wir es doch da rein. Hm. So kann das ja nicht so gut werden, oder? Strategie. Okay, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. UI Design brauchen wir auch nicht. Ja, da muss ich doch jetzt nochmal selber drüber schauen hier. Aber das scheint ganz gut zu sein. Okay, Sound brauchen wir auch nicht. Ja, gut. Dann machen wir es so. Und dann hauen wir dann Olympi raus. Die Zeit schreitet vor allem. Das Designbüro kann weiterentwickelt werden. Okay, wir machen es natürlich für alle. Wir wollen... Keine Story. Wir wollen... Oh, wieso Gewalt? Achso, wegen Boxen und so wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen aber deutlich mehr Geld. Das muss ich jetzt echt knallig verkaufen. Aber das ist schön. Das steigt hier oben. Wir schauen doch hier mal drauf. Wir sind Erster aktuell. Das könnte das Spiel des Jahres werden. Also Spiel des Monats haben wir schon mal. Vielleicht wird es ja Spiel des Jahres. Eine neue Forschung ist auch schon verfügbar wieder. Oh, jetzt wird es interessant so langsam. Spiel des Monats heizt die Verkäufe natürlich nochmal deutlich an. Wir rüsten jetzt mal das Designbüro aus. Ah, hier. Okay. Machen wir mal so. Zack. Okay, jetzt habe ich zwei Plätze mehr. Das bedeutet, ich könnte jetzt noch einen Mitarbeiter einstellen. Und zwar einen Designer. Und nehme natürlich die Melissa. Und die darf jetzt erstmal schön trainieren. Okay. Und jetzt fallen die Verkäufe wieder. Wilder Westen-Trend hatten wir. Okay. Starken Trend für Fußball. Hm. Ja. Dann haben wir Werbung hier. Werbung und hier mal eine Werbekampagne. Und hoffen, dass die Wertung auch dementsprechend ist. Ah, sieht gut aus. Aber das Gameplay, das ist mies. Ja, ist okay. Also 80er ist völlig okay. Ja, das Gameplay. Ich weiß, Gameplay verbessern. Gut. So, die darf nochmal trainieren. Wir dürfen aber erstmal forschen. Und Olympia. Jetzt aber. Jetzt. Leute. Da, wir bauen noch einen Patch. Patch zusammen. Die darf nochmal ein bisschen trainieren. Ja. Also Lizenzspiele. Sollten auch reinhauen. Sehr schön. Ja, natürlich kriegst du mehr Geld. Okay. Das ist auch fertig. Die ist fertig mit trainieren. Also kann die erstmal beim neuen Projekt mithelfen. Und wenn Fußball gerade so geil ist, dann machen wir das natürlich. Ich hoffe jetzt nicht, dass es einen A2D V3, das ist einfach noch das Beste wahrscheinlich. Aber, also Melissa hat was übernommen. Ist aber auch noch nicht okay. Alles klar. Das reicht noch nicht ganz. Was haben wir denn hier? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay, jetzt haben wir das Network auch noch dazu. Dann machen wir jetzt den Punkt hier einfach mal rein. Haben wir hier irgendwas. Grafik haben wir mit 4 belegt. War irgendwas, das Gameplay war mies. Und wie war unsere Grafik? 9, 5. Wir könnten auch im Game Rating noch was wegnehmen, würde ich sagen. Und beim Gameplay dazu. Probieren wir es mal so. Eine Ladescreens. Das ist natürlich auch eine coole Forschung. Ne, braucht man natürlich nicht. Wir machen es natürlich für alle. Du hast 99.000 Einheiten verkauft und dies brachte ein Gewinn von 1,5 Millionen. Das müsste eigentlich unser Best-Fürs-Spiel... Best-Verkauftes-Spiel sein. Sehr schön. Jetzt rangieren wir hier langsam in der Top 10. Wir können auch das Büro hier noch aufrüsten. Falls wir dann Entwicklerbund benötigen. Und natürlich gehen wir da hin und stellen das Fußballspiel vor. 4.800 Fans und 800 habe ich dazu gewonnen. Das sind doch mal Zahlen. Damit kann ich umgehen. Okay. Ich erinnere mich selber gerade ein bisschen an EA. Wir machen Olympiaspiele. Okay, Olympiaspiele gibt es selten. Aber FIFA-Spiele. Naja, was sollen wir machen? Wir machen das, was der Markt sich wünscht. Und der Markt wünscht sich jetzt halt Fußball. So, das Spiel ist vom Markt genommen. Olympiade. So, wir haben jetzt zwei Spiele hier drin. Einmal Legacy of Metro und einmal Olymp. Vielleicht gewinne man jetzt mal Jahrespreis. Komm. Nein, wieder nicht. Schade. Der Saboteur hat gewonnen. Wir wagen uns aber hin. Warte nur ab. Wir kommen. Ach komm, das machen wir auch noch hier. So, trainieren. Wir schauen uns die Wertung. Elite of Choice. Jawohl. Das ist schon mal gut, wenn das hier oben da steht. Wissen wir, dass wir was richtig gemacht haben. Und wir haben alles richtig gemacht. 95er-Wertung. Also, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wahnsinn. Schon wieder eine Messe. Äh, okay. Ein Patch hauen wir noch raus. Natürlich. Mhm, okay. So. Wir haben nichts zu forschen. Wir müssen den Patch noch fertig machen. Die können aber nochmal hier ein bisschen trainieren. Oh, nee. Sie macht ein großes Training. Okay. Naja, egal. 6 Millionen. Jetzt rastelt es nach oben. Aber man sollte da nie zu unvorsichtig werden. Aber was wir machen können. Erstmal auf die Weltkarte gucken. Nein, nicht auf die Weltkarte. Sondern wir können mal hier reinschauen. Und uns die besten, ähm, ja. Studios anschauen und den Wert mal so setzen, dass wir sagen, ich möchte die günstigsten. Aber wenn ich jetzt hier sehe, zum Beispiel ist Anycube. Dominic Johnson. Island of City haben die gemacht. Da gehen wir mal da rein. Das ist ein japanisches Studio. Die haben bisher Island of City gemacht. Das war eher unterdurchschnittlich. Dann haben wir zum Beispiel hier Louis Cates Brides aus England. Die haben Mua La Patriots gemacht. Das war gar nicht mal so schlecht, sag ich mal. Die haben Afterlife gemacht. Okay. Das ist die Frage. Kann ich? Irgendwann wird? Ich dachte, ich kann das irgendwo. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Die Studios aufkaufen. Vielleicht kann ich es noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Sobald ich, äh, noch eine Forschung habe oder so. Müsste man nochmal schauen. Audio-Forschung haben wir. Ganz still und heimlich hat eine Audio-Forschung hier sich eingefügt. Ja. Und wenn wir die Audio-Forschung haben, würde ich sagen, war es das für heute. Und wir treffen uns beim nächsten Mal und werden hoffentlich nochmal einen Hammer raushauen. 11 Millionen. Der Fußball-Trend ist vorbei. Ja, also kann ich ja. Publisher brauche ich in dem Fall ja nicht mehr. Ähm, aber bisherige Projekte, Konkurrenz. Okay, da kommen wir auf die Karte. Äh, Plattform-Marktanteil. Ja, okay. Haben wir auch Awards. Wir haben ja Spieler des Monats. Spiel des Monats, Spiel des Monats, Spiel des Monats. Da haben wir schon ein paar. Wir haben nur noch kein Spiel des Jahres produziert. Das werden wir aber in dem Fall beim nächsten Mal machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.